Also, was macht eine alleinstehende Frau wie du mit so einem großen Haus? Ich versichere dir, ich bin verheiratet mit einem Mann. Er ist ein Mensch und groß. Wanda. Wir sind schon ein ungewöhnliches Paar, nicht wahr? Oh, ich glaube, das stand immer außer Frage. Wir wissen einfach nicht, was uns erwartet. How are you, Nachbarn? Hey, Kumpel! Wanda, wie geht's denn so? Wer bist du? Ich weiß es nicht. Wanda. Irgendwas stimmt hier nicht. Wanda, kannst du mich hören? Wer tut dir das an? Bist du hier, um uns zu helfen? Das ist unser Zuhause. Dann lass uns dafür kämpfen. Komm. Das haben wir gut hingekriegt, finde ich. Wanda und Vision. Sind wir nicht ein schönes Paar? Das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen. Oh, das wird so richtig. Von wo sind sie hergezogen? Seit wann sind sie verheiratet? Und wieso? Haben sie noch keine Kinder? Unsere Geschichte. Ich glaube, meine Frau wollte sagen, hergezogen sind wir von... Von wo hergezogen? Wann geheiratet? Verdammt, wieso? Oh, aber Schluss damit. Schluss damit. Schluss damit. Schluss damit. Passiert das alles wirklich? Wir sind schon ein ungewöhnliches Paar, weißt du? Oh, ich glaube, das stand immer außer Frage. Und lasst das my lifetime.